Und da geht's los! Wir gehen hier in der Runde Position. Giorgio Balanzaro in 1st Position und Varian von Masakner. Bei 4, auf der 3. Auf geht's jetzt in der nächste Runde. Wir haben gesehen und es ist jetzt hier auf die 2. Position gegangen. Noch eine Runde zu laufen. Und wir sind jetzt in der Zeit noch mal angekommen. Eben und außen zu sehen. Giorgio Balanzaro in 1. Kommt vor und auf der 2. Kultus. Fabi, die Tour. Carolina Ferreira aus Portugal. Auf den 3. Und Varian.